hey und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft stranded und wie ihr seht ich habe hier extrem viel erweitert offscreen das geht jetzt hier einmal so komplett rum und ich habe jetzt was gefunden und zwar hier vorne ist eine hidden chest hier da ist heiser ok also da ist nichts ich habe ich gesehen haben die leck wir haben leck im raumschiff läuft wasser aus und ja ich habe hier die barriere hochgezogen und drumherum sind jetzt half slabs zwei layer breit weil sich da keinen sand mehr ansammeln kann dann so die kackteen nehmen wir mal mit und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserer base das ist ja jetzt alles unsere base aber ihr wisst schon was ich mein so hier können wir noch mal wasser machen ich habe übrigens noch ein knochen gefunden das heißt wir können es tatsächlich jetzt machen wir können jetzt einmal unseren stein hammer machen hier okay der geht dann doch so wie sonst und jetzt brauche ich die anderen knochen noch hier so bonk rook und sagt das choice reward dann nehmen wir dann mich immer loot chest und bitte geil stuff somewhat gut slime ball okay ja gut ist jetzt nicht das schlechteste was wir hätten bekommen können also wir können jetzt noch mal gucken hier das sollten wir machen da brauche ich gold ingots acht stück okay mach das jetzt nach und nach eisen ich glaube es ist tatsächlich besser wenn wir kies dafür durchsieben darum gehen wir jetzt auch mal nach da hinten und holen uns ein bisschen cobblestone noch aber ich zerstöre hier einfach mein raumschiff gerade oh shit das sammelt sich da hinten ja hier ab Main gehen die da 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 Alter, wie sich die da auf der Map oben tümmeln. Alter, wie sich die da auf der Map oben tümmeln. Gut, ich weiß, dass ich da unten gerade was reingrabe, aber so kann ich die ganze Zeit gedrückt halten. Und jetzt ist es so weit, dass ich da unten nichts mehr graben kann. Das heißt, ich halte jetzt die ganze Zeit nur gedrückt. Und so. Ich würde sagen, ich setze einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Hey und herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe jetzt hier ein Stack plus 20 Keys, weil hier das kann man noch 20 mal benutzen. Und dann noch ein weiteres Sieb habe ich. Und jetzt sieben wir das alles mal durch. Und ich würde sagen, das seht ihr jetzt in einer kleinen Timelapse. Und dann sehen wir uns. 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 Vielen Dank.